was geht youtube heute wieder zurück aus der welt von drakensack online und ich möchte euch ganz kurz mal ein bug vorstellen oder was heißt ein bug ein bug ist ja ein fehler es ist ich weiß nicht ob es ein fehler ist es ist ja so gewollt denke ich mal und zwar sind wir hier bei hirido low level und zwar traut der gute hirido jedes mal ein geschenk und das geschenk ist level anpassend und das ganze ohne schnee essen nur mal so zeigen also wir helfen gerade dem guten face der ist gerade level 18 der wollte hilfe haben bei könig hirido jetzt ist er level 19 oder ja genau level 19 und der gute hirido tropft jedes mal ein geschenk was aber dem level angepasst ist das bedeutet das geschenk hier ist ja jetzt mein level jetzt kriege ich schnee essenzen und ein passendes item eben habe ich ein goldenes geschenk gehabt wo dieser mantel drin war das bedeutet ich kann hier ohne ende geschenke farmen ohne schnee essenzen zu bezahlen oder sau stark sau schwer meister tatze event da abzulaufen bedeutet für die leute die gern schnell gute items fahren wollen ohne schnee essenzen auszugeben einfach hier rein hirido map low level und einfach rein raus rein raus mehr ist das nicht würde ich jetzt mal sagen mich ich bin ja immer noch am stream mir schreibt gerade einer im stream ist es nicht besser die geschenke aufzuheben für level 100 ja definitiv sehe ich genauso also gerade für level 100 aber ich wollte jetzt für ein video auch gerne mal vorzeigen erstens wir sollen ja eface beim level helfen das machen wir gerade und zweitens und zweitens wollte ich einfach mal vorzeigen hier für das video also ich kriege hier items ohne ende vor allem ein item ist ja auch wieder entsprechend gold wert auf meinem level das heißt ich kann auch noch sehr schnell gold fahren gold fahren items fahren schnee essenzen fahren zucker rüben bekomme ich daraus und das alles ohne krasse anstrengungen bei dem winter event zu investieren ich würde mal sagen das lohnt sich das heißt wer das nicht wusste oder nicht weiß einfach machen solange es halt noch da ist das gute winter event geht natürlich nur in der zeit wo das winter event da ist ist ganz klar ich habe ja nur ein bisschen gespielt wir machen jetzt noch einen run und dann war es ja schon vom video ich wollte es ja einmal nur zeigen und goldenes geschenk das heißt die drop rate von dem goldenen geschenk ist nicht mal so niedrig und ich jetzt schon ist jetzt schon das zweite und jetzt haben wir bekommen handschuhe die natürlich schlechter sind aber ist ja egal ist ja kein kein unique so wie das hier aber und und ist wir haben schnee sens bekommen ich glaube 200 stück wir hatten noch 50 schnee sens nehmen ja 200 schnee sensen bekommen holy shit also als tipp alles klar das war es schon wiederum fürs zuschauen wieder schauen und reingehauen bis zum nächsten Mal